Was mir als erstes aufgefallen ist, war am Anfang die viele Betonfläche, die leer war. Ich glaube, ich habe einen Freund noch eine Nachricht geschickt, dass das ja für die Sprayer sehr willkommen wäre und dann an den nächsten Tagen war das dann auch schon bunt und das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Es wird nicht so sehr viel verschmiert, wie das sonst üblich ist. Auf der anderen Seite ist es ja schon so und wenn das gestaltet ist, dann haben sie ja doch ein bisschen Ehrfurcht davor, die Künstler. Ja, ist okay. Also ich finde es nicht sehr ästhetisch oder so. Also hat ja jeder eine eigene Ansicht dahingehend, aber es ist schöner als grau. Das ist auf jeden Fall schön bunt. Ohne Kaffee, die geht nicht mehr. Und wenn dann kontrolliert, ist das in Ordnung. Hier ist Hechtviertel und hier ist überall ein Hecht zu sehen. Also total schön. von Laurie Whoa Whoa Bo него Bo 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 Bo